Hallo, wir sind von der Konfi-Gruppe Soland und ich habe mal eine Frage an Sie. Was liegt Ihnen am Herzen? Was mir am Herzen liegt, dass sich die Menschen auf der Welt gut verstehen und ich mit meinen Nachbarn, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden und Verwandten. Und dann liegt mir sehr am Herzen, dass in der Welt ein bisschen mehr Frieden herrschen könnte. Und da ist das im Großen genauso wie im Kleinen, dass sich da die Menschen besser auch umeinander kümmern könnten. Tja, das liegt mir eigentlich sehr am Herzen.